Das ist dann weiter geschoben. Vatsuta Vat. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. August. Und ich bin wieder am Watzuta Vat, um euch mal zu zeigen, wie nach etwa einer Woche sich das Bild hier geändert hat. Das ist ja das Gebäude, das hier verschoben wird. Und ich hatte in einem ersten Video auch diesen Bereich gezeigt. Da war er noch wesentlich schmaler. Inzwischen ist das Gebäude etwa 10 Meter verrückt worden oder versetzt worden. Und heute wird ungefähr der letzte Meter jetzt am Vormittag noch versetzt, weil dann die ganze Zugeinrichtung verlegt werden muss. Ja und dies ist der Bereich nun, wo gezogen wird. Wie man sieht, hier ist diese Konstruktion mit dem Stimpel. Und die Länge des Kolbens wird nochmal gezogen. Das ist erstmal knapp ein Meter. Und dann muss diese Schaltzentrale, oder wie sich das nennt, verlegt werden. In die Richtung, wahrscheinlich auch 10, 15 Meter nochmal. Und dann weiter zu machen mit der Versetzerei. Der Umbau, so der Chef, dauert etwa drei bis vier Tage. Okay. 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 Bye.